hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video gerade schon das dritte video am tag mit warte wie heißt du ein hessigen jungen stell dich einfach mal selber vor definitiv nein nein stell deinen youtube namen vor du meinst meinen youtube namen der komplett verpackt war obwohl ich anders heißt ja den klan habe ich schwer noch das geht hier und wir drehen heute ein video ich drücke bereit der scherzer drückt breit wellengang habe ich ja auch nur was ich habe Kannst du mir ein bisschen Wasser geben? Ich bin ein Person. Wie ist das? Leute, ich guck grad ein Video. Er mag Pornos. Das ist ja Pornos gefroren. Leute, jetzt ist noch ein bisschen Spensergrundmusik im Spiel, weil... Das heißt, ich hab mir gedacht. Ähm... Ja. Ja. Boris, wohin? I'll go Ludlack. Okay, ich muss aus, Digga. Sonst krieg ich... Sonst krieg ich wirklich noch... Copyright. Ich mach alles sogar. Und ich blute. Im Account dann direkt. Oh, ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Hier sind zu viele. Die Chess got mir. Die Chess got mir. Hä? Die Chess got mir. Genau die hier. Golder Diegel. Golder Diegel. Golder Revolver, sorry. Ja. 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 Oh, Digga. Äh, ja, LMG, ne? Bei dir? Äh, TKZ 4 Rordegar. Ich treff den! Ich treff den! Äh, ich hau doch lieber ab. Äh, ich hab ne goldene Revolve und LMG. Sonst hab ich nichts. Ich hab alles. Ich hab Schalte Striper, AKP. Ich hab nichts, Digga. Ich hab nur ne Revolver und ein LMG. Ich geh hier unten hin. Jaaa, mich kommt ein ganzes Doof pushen. Nee, ich geh. Dann komm doch zu mir. Ja, ich bin doch jetzt hier. Wie soll ich jetzt zu dir kommen, wenn bei mir ein ganzes Doof oder Fresse ist? Und die, ja, das abcampen, dass ich hier nicht rauskommen kann. Du hörst die Schüsse glaub ich auch. Nö. Nein? Komm jetzt ehrlich zu mir. Ich bin schon auf dem Weg. Nö. Du gehst immer weiter weg. Ich komm zu dir. Also so Richtung. Da steht einer. Dahinter. Da. Ich kann ihn gar nicht sehen. Naja, ich weiß, die sind zu weit weg. Dessa. Da. Hm. Ich bin von der Seite hier. Ich glaub zwei LMG ist der Geldmann zu Ehre los. Da kommt ein Drift-Bot. Wo zu mir oder was? Naja. Richtig zu dir. Ich treffe. Oh. 48er. 48er. Habe beide 48er gegeben. Einen Headshot. Schön. Der andere ist hier bei mir. Er verpisst sich. Oh. Oh. Habe ihn. Schön. Schön. Der war so low. Ich hab ihn. Ich hab ihn so angehättet. Ich hab ihn noch 2 40er erkannt. Ganz ehrlich, anstatt der Pistole, ne? Ich hab ihn mit. Die Revolver mit. Die alte. Warte. Ich stimme mich mal kurz. Und ich zieh kurz Sätze drauf. Sogar, einen 1st? Wahres. Woariohl.. Weismer! Doublehead! Betrachtasting. vielmehr! Auld! gotta crystall ¡Warte! Was ist dieses Jahrtand 정도, ですか? Nachbar bleiben! Langsam Spread. Lost im guerra. Am wake. Wir können sich aussch형lich. Ok, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich meine nur, du kannst ja auch vielleicht die Verlosung gewinnen. Das ist wäffig. Ich hab alles, das ist wäffig. Oh! Er hat so einen Hit von mir in die Fresse bekommen. Ja, bis morgen, ne? Hä? Nein! Montag? Dienstag? Äh, Montag? Nein! Montag, Mittwoch, Freitag ist das gewesen. Junge, ich hatte so ein Video gemacht. Doch! Kommst du hoch und holst du hier? Hey, und dann drehen wir das halt um 5, hä? Und morgen kann ich eh nicht, weil ich mich ja mit Freunden hab, weil wir jetzt auch nicht mehr machen. Hä, nein! Wir haben Dienstag... Pumme rüber, ich hab keine Metz. Ich komm mir nicht rüber. Nein! Wir haben gesagt, dass wir morgen... Nein, morgen ist Drehtag, Junge! Nein, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, dass wir eigentlich immer noch sagen. Mit wem hast du dich denn morgen verabredet? Der Freude von meiner Mutter, dann mit ein Mädchen aus meiner Instruktion, und da soll ich auch mit. Na ja, dann dre ich halt morgen alleine, hä? Hä, ist doch kein Problem. Ich drehe dann morgen alleine und am Freitag, dann drehst du trotzdem mit am Freitag. Komm mit davon noch ein Automat. Ich hab ein Lagerfeuer gesehen. Junge, wir machen einen YouTube-Kanal und du drehst nie mit. Ich weiß nicht, wo ich mitdrehe. Du musst ja mitdrehen. Es steht aber noch nicht fest, dass ich auf dem Traffic-Platz fahre. Na, ich dachte, du fährst nicht. Nein, ich hab's gesagt, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich hat das Lagerfeuer holen. Was? Nein, ich rede grad nicht mit dir. Es ist so, ob ich wieder mit Abonnenten. Komm rein. Ja, bin drin. Auf jeden Fall, du musst, aber ich kann nicht jetzt die ganze Zeit alleine den Kanal führen, Digger. Ich weiß. Ich kann mir mit dir aufhängen. Hi, ich krieg da mit den Abonnenten. Danke und Snipermonie, weil ich hab ne Schaline. Ciao. Ja, ciao. Wir machen den Kanal, ne? Und was macht er? Nö, er nimmt sich jetzt nie Zeit dafür, Digger. Hallo. Haben wir nur einen neuen Kanal? Ja. Ja. Er alleine jetzt. Ja, alles weg. Na, man weiß das doch. Ich hab's dir Bescheid gesagt. Ja. Ja, ja, alles weg. Mhm. Hast du mit meinem Handy gesprochen? Eben gerade. Und wann kommt sie nach Hause? Äh, halbe Stunde fährt sie los. Ja. Okay. Weiß ich Bescheid, mein Schatz. Hab dich lieb. Echt denn ja auch kannst? Arbeit ist zu morgen? Ja, Opa muss morgen arbeiten, Schatz. Okay. Weiß er Bescheid, ne? Okay. Okay, mein Süßen. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ich ist noch Gegner. Halbsechstiger. Die töteln sich Gegner. Oder haben sich getötet. Ja, da sind keine mehr. Ich höre welche. Ich auch. Junge, ich feiere die ganze Zeit runter. Bist ich irgendwie dumm oder so? Da lieblich sind die. Du meinst das die? Äh, ja. Ich wollte gerade sagen, niger. Ja, ich sehe dich. Da hab ich gesehen. Ja, ja, hab auch gesehen. Brinkerella, das gab's in Gold. Der ist gerade stehen geblieben. Ich hätte den richtigen Headshot geben können. Aber dann habe ich nicht gesehen. Hm. Der Schild hat sich gematchert. Du auch. Ich habe Angst, dass ich hier runtergeschossen werde. Oder generell abgeschossen werde. Ich habe übrigens, LMG zum Spray, ne. Der Bauter Bäume abgibt. Der ist da. Komm, der ist alleine. Komm, der ist alleine. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will jetzt mal ein Wind machen und nicht die ganze Zeit. Wie geht's? Hast du das? Ich hab null. Scheiß drauf. Boah. Obwohl. Obwohl. Aber, das ist außerhalb der Sonne. Die schnell hinlaufen. Ich will die Teilen dann auch. Ja, okay. Na, bleib du lieber hier. Nein, dann komm zu mir die Gegner, bin ich tot. Aber die Sohn kommt schon. Egal. Hä, Junge. Guck mal, du schaffst das locker zum Lama. Und ich hol, ähm, Clifford. Und ich geh mir hier die blaue Pumpe. Na, das. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte mich hier auch gerade holen, aber egal. Quell. Was ist das für die Pumpe. Komm, komm." Ich fauf, komm, komm. Ähm, ich fauf, komm. Kannst du irgendwas mitnehmen? Nein, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Leider nicht. Was ist das für die Pumpe? Ja, die blauer. "'Checkup'. Gib mir. 20 leute wir fliegen mit links darüber mit quad einfach über den dass sie rüber naja fahrt du warte mal ich nehm dir was schottkern hast du dings für mich metz und so weil ich hab 0 erreicht hier ist jetzt noch irgendwie ich lasse ich lasse das lmg ich höre auf alle neue revolver mit so einem digger hast du mp money für mich ich hab jetzt nur noch 84 24 20 ich glaube du hast jetzt ein lama und nur mal viel bekommen mit ihr noch einmal oder das leute das leute ich habe ich noch 40 da wurde einer gekillt und da oben sind welche ich habe ich habe auch noch einen Tag da ist ein Jumper passiert das geht um die Kapp äh noch einer warte sie ignorieren ja und hier ist die gehälter finden hat noch zwei jetzt noch mit slow damit stellen wir so er ist tot ich habe ihn genockt ich habe noch einen genossen aber jetzt habe ich den können das war ganz komisch ich habe einen kill bekommen noch mal aber aber da hat sich kommende verspäte da war schon komplett tot und dann habe ich erst den locken und den kill bekommen ich kann mir noch ein bisschen was geben ich habe 182 holz dran hat stein metall ja holz kann ich noch ein bisschen geben ich bin fast mit holz ich wollte mich nur ein bisschen oder ich habe vier kürz sieben leben es leben noch fünf essens ja ist sie leben aber alle zusammen sieben da unten sie geht noch da habe ich irgendwas laufen seliger ich glaube nicht dass das quatsch ist was läuft oder fährt irgendwo hier oder dahinten ist gelaufen irgendwas ich glaube du hast dich ein bisschen verguckt weil ich sehe gar nicht wirklich ich bin mir nicht sicher weil ich glaube dass ich verguckt ich weiß nicht merkt dass wenn irgendwie das du denkst da bewegt sich etwas ja ich weiß was du meinst der fliegt er doch viel gegner ist noch zwei du ist es ist ja die nämlich nur hier goldene sind von der regelmeldig da zwei Leute ich kann es nicht ganz leid warte in einer stunde er hat ein heavy sniper über den schiss gesprungen okay ich habe noch ein jump pad also also aber wir sind fast in der sohn ich bin ja ich bin jetzt auch nur so ich habe den einen grad gesehen ja das omega dass du mit dem amel gehabt habe ein hätte ich dachte ja auch schnell die wand ich kann wir müssen jetzt druck machen ja ich bin da und ich bin da und kommen weg 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 die werden die werden dann von der sohn wahrscheinlich also der eine genockte wird vielleicht noch sterben ja erst der andere ist hier kommt zu mir kommt der ist draußen er wusste mich er wusste mich nein er ist hier oben die stimme ist komisch gerade deine gold ne ja aber ich will sie nicht ich habe mein sturm von der seite ich werde von der seite geschnipt das ist so lächerlich ja 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 ich habe keinen jump hat oder sondern ich kann nicht wir müssen jetzt wir werden wieder sterben er ist jetzt auf einmal hinter uns oder was der auf einmal kommt ein scheiß der omega staubt ab 1 hp der omega ich habe den in dem omega habe ich ein snipe gegeben und der ist immer noch nicht oben jetzt hat er ein hp liga der omega hat gewonnen aber komplett unverdient und 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 Vielen Dank. Ganz krasser, ich habe jetzt 100 B-Wix. Was ist, Erik? Hallo. Ja, was ist? Was ist los? Anwesend, hallo, ich möchte mich spielen. Darfst du spielen? Eine halbe Stunde. Alles klar. Also, wir sind schon unge- was? Kann ich, ich will eine neue Gruppe. Ja, wir sind dort eine Runde. He, loll. Können wir gleich kreativ spielen? Nope. Ich kann aber nur noch 20 Minuten spielen. Na, fragt einen, muss doch du länger spielen das? Ja, ich habe ja schon gerade gefragt. Die lässt mich ja nicht. Bitch. Wir sind aber gerade in der Runde. Ja, wenn nicht fertig seid. Ach ja, und Leute, dieser Blumenbomberium ist Essens, der Mitglied von meinem Account. Du zockst gerade nicht mal mit jemandem, Alter. Na klar, hä? Ja, wow, jetzt abonniere ich's. Ja, und? Ja, ich bin auch ein Abonnent. Danke. Oh. Ja, der Allerste. Ja, woher soll ich das wissen? Ja, das sollte auch dein Account, damit sie ja wissen, wer den abonniert hat. Ähm, ne, das war ich da, das kann man ja nicht sehen, wer den abonniert hat. Doch. Doch. Nun. Ich habe doch selbst einen YouTube-Kanal, da wird mein YouTube-Kanal angezeigt. Ich muss nicht sehen, wie mein Name. Wer den abonnenten? Hm. Ich habe sogar einen Kommentar gemacht, ja. Ja. Bist du dieser RMS, oder nicht? Ja, das bin ich nicht. Bist du der, der geschrieben hat, dass hier lautstärkig kommt, denn Warnung ist ironie? Nee, das bin ich auch nicht. Bist du der, der bei der Verlosung geschrieben hat? Ja, das bin ich. Close, irgendwas, hm? Ja, ich habe einen Punk-Gun, in grün. Moriss, ich markier dir. Haha. Erich, ich habe die jetzt. Okay. Oh, die ist so gut, ne? Junge, wir hatten jetzt schon wieder eine Million von Bananenwäger. Naja. Leute, alter Revolver. Oh. 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 Und wie viele Abonnenten hast du? 10 Abonnenten und ab 20 Abonnenten verlose ich 20 Euro PSN Karte und ab 30, 30 oder 40, 40, 50, 50 oder was? Nein, da wollen wir aber nicht überzeugen, ne? Aber Erik, warum willst du mitmachen beim Account verlosen? Du bist doch mit meinem Account verfickt vorher. Das ist kein Account verlosen, das ist doch eine 10er PSN dazu. Ich würde auch nur in Spaß als bei der Verlosung mitmachen will. Ja, ja, ja! Ich selber. Und einen auf dem der YouTube-Kanal gehört demjenigen, er macht selber bei der Verlosung mit und sucht sich selber aus. Das ist klar. Das wäre eigentlich schon, dass wir bei der Verlosung haben. Oh! Das sind wir nicht irgendwo geschafft. Mhm. Das ist so high. Oh, alter Gewoll. Oh, alter Gewoll war den ja. Loris? Hier liegt ein Biggie. Ne, ich würde den ja in die alte Kamp. ja dann hole ich mir den jetzt da ist gerade ein baum kaputt gehen den hat man auch nicht ich will ja auch ein kill mit 35er kassiert ich hatte zwei mgs dieser pisser ich habe sicherlich nun gibt mir auch mal um was der kieler krisen tippt wenn wir haben will ich ja eigentlich mehr und ich will irgendwie mal so kommen im karten erster reich zu spielen da sind ja auch er hat geschaffen dass ich in der halben Stunde aber doch wie lange ich leben noch 36 ich muss sagen die blauen ist echt stark So Komm ich will ne alter Pahn Ich muss da noch irgendwo eine bieten Aber auch hier gibt es bestimmt keine mehr Die waren sogar schon welche Katakdaka das Ding ist du hast ihn so one shot geschossen und dann habe ich ihn aus der Entfernung mit dem Revolver einen 50er gegeben und er war gut Junge ich dachte einfach ich hab ihn mit meiner Revolver geholt Dann Vor allem die so oh mein Gott das schaffe ich Und dann brrrr Der Revolver ist schon geil Der blaue Pump Das wäre das beste was mir jetzt noch passieren kann Aber nein hier waren überall schon Gegner Ich schwöre sogar ich brauche kein Stimmgewehr Ich schwöre sogar ich brauche kein Stimmgewehr Der wollte mich aufschießen als ich mich rüber gebaut hab Zwei runter Da kommen zwei Leute auf dich Ja ich weiß Ich komm zu dir Ich würd mal sagen ich komm Ja ok da komm du halt zu mir Ja Leute jetzt bin ich schon unten dein Ernst Alter Wo sind die überhaupt gelandet? Hinter dir hinter dir Hinter dir hinter dir Jaja und jetzt schießen sie auf mich? Luftbasis Ach schon wieder Luftwaffenbasis 31er Ja genau ich hab mich grad gehielt digga Von wo schießt der denn digga Ich seh den noch nicht mal Ich auch nicht Digga der schießt durch den Boden oder so Ich schwöre sogar ich seh den noch Der einige die püren Nein Ja einer flieg weg hä Der ist weg geflogen what the fuck Der ist in die Zone Tänze der schießt uns an und dann verpisst er sich einfach Das sind so viele blaue Sachen Alles können dein Gottfunk sein Das sind so viele blaue Sachen Alles können dein Gottfunk im Kampf sein Was denn Was denn Ich bekrasche auf Helgenrei Bauplan auf Bauplan auf Dreieck Und auf Kreis bearbeiten Ist das Und da ja Wo? Hier, bei mir Okay. Genau hier. Wollen wir nicht. Dann hast du schön schön. Ja, fast was war das denn? Keine Ahnung. Dahinten ist ein Boller und da wurde gerade abgeschossen. Lass uns hier zu The Block. Kommt in unsere Richtung, genau zu uns jetzt. Na, jetzt verpässt er sich wieder. Lass hier rein gehen, Leute. Kennst du, dass du manchmal so einen komischen Geschmack im Mund und das fühlt sich so giftig an? Ist das ekelhaft? Ja, definitiv. Kann man davon sterben? Komm, hier muss man geschaffen, mein Alter. Kann man noch nicht sterben? Kann man noch sterben? Was ich dann will? Kann man noch sterben? Was ich dann will? Kann man noch sterben? Was ich dann will? Keine Ahnung! Ich brauche nur mit Schatan, Alter. Wo sind die ja? Wie ein bisschen oben, sagen Sie. ich hab den baller ich hab den ball gesehen kommen zurück ich bleib hier ich guck mal hier überall ob ich noch eine shop ganz eine pump finde wenigstens eine kampfgruppe hast du gar keine ich hab eine tactical die ganze zeit und ich habe dann alles kann man nicht so gut spielen eine falle ich finde alles außerhalb eine kam so lange auch mit einer anderen heutzutage spielspieler hrpg länger außer ich glaube auch noch drinnen mit dem er macht ein bisschen dank ich habe den vollen Prozent es ist eben noch ein 8 Gegner mehr ohne richtig gestoppt und ohne richtige Schöpfung wird nicht viel St. Kuh wir kommen im Moment mehr und mehr in die Top-Tel und so ich glaube ich glaube ich habe eine Blau-Parm ja bei mir dann auch eine ja ja ich bin bei dir lasse pushen gehen die fliegen direkt weg weg ist noch eine blaue pampagne ich will ich will schnell ne die saun ich bleib hier oder camper verschlägt ich war das sogar ich bin in der saun wir sind ja sonst oh mein gott digga ich habe ich habe nicht mal ein sturm gewerde ja guck mal ich habe dieses fettlmg ist schon gewöhnt ich auch weil wir beide die taugung mit hahnung ich habe nur das ich habe nur die neue revolver die blaue pamp die blaue ich habe die mp und das hier etwas in lila ich habe ich habe das ding ja welche er ist egal was man macht eine 20 war meine macht 22 das bringt auch nicht viel mehr das haben wir geöffnet fliegen oder normal es sind noch ein 1 oder die 2.1 leidert leider sind drei ein du ein solo muss aber sein auf jeden fall geht ein berg von und bleiben wir auf jeden machen wir deine markierung weg da wird geschaffen, ich seh jemanden wo? die laufen da, die Falten da hinten von da wo wir gekommen sind ja ja oh, der ist fast einfach schon ich hab 58er 31er noch ein 31er bei dem anderen 58er nochmal ich denke, wir haben die beste Position die drei Falten jetzt und wir können hier einfach chillen und auf die Bahnen äh, ich hieß einer ey, ey allerseits ja, ich weiß lass uns wieder von hinten pushen nein, egal das ist hier einfach schön ja, okay einer's down ja, das ist einer's down einer's down ich sag dann doch bis Viertel nachsuchen Titteln nach 8? äh 6 Ich habe Angst, dass ich so eine Sniper-Headship um die Fresse auskomme. Warte, ich baue mir hier auch noch eine Basis. Das sind ja immer noch so wenige. Mach mal da auf. Lass umgehen, lass umgehen, komm. Ey, das ist ein Solo. Lass pushen, komm. Nein, nein, nein. Guck mal, wir haben den größten Vorteil. Lass so machen, dass wir aufeinander schießen. Dass wir aufeinander schießen. Dann denken die, ja, wir sind, ähm, Solos. Ja, okay, ich baue mich hier hinten an und du baust dich ein bisschen weiter von mir weg ein. Und dann schießen wir aufeinander? Ja, so, so neben uns, aber nicht aufeinander. Der denkt jetzt, okay, der kann uns pushen. Digga, und dann? Ich seh den hier unten. Ich seh den hier unten. Ist er bei dir oder was? Ne, 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 er läuft da, er ist in der Zone gerade. Und jetzt ist er hier vorne. Da. Achso. Oh, er hat zwei Nutz, er hat zwei Nutz. Oh, er hat zwei Nutz. Oh, 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 oh. Ich hab mir seine Ehre gelockt. Das war 150er Headshot mit der Revolver. Das war genau. Also, easy win. Hast du gewonnen? Ja, aber, ja. Aber, Digga, du hättest ihn mich gekillt. Ich hab ihn zwei, äh, vierund- äh, drei 24er jetzt mit der LMG gegeben, weil ich drauf gesplayt hatte. Jogo, mein Inventar ist das losste, Digga. Ich hatte nur ne Revolver, ne Pumpgun, ne MP und ne LMG, Digga. Ne, ich die auch, hä? Wir hatten das Gleiche, nur ich hatte noch Minus. Alles klar, lass mal noch mal machen. mit erik aber wer ist erik ja ich kenne auch keinen erik ich kenne nur eriko na erik wollen wir jetzt meine welt wir wollen nicht creative ach bitte wir wollen immer noch keine creative machen ach bitte ach bitte wir haben keinen bock auf creative ich bin jetzt schon level 85 ich bin 73 nice ach bitte entweder kommt es jetzt rein oder wir starten Junge chill doch mal dein Leben nimm auch Kommandor dann 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 ja kann ja tief Ich sehe die meisten epischen Siege.